Moin moin, liebe Freunde, liebe Fabrikbesitzer, liebe Seniors und liebe Senoritas. Fast, ja sogar ein Ticken über vier Monate ist es her, seitdem die Entwickler das letzte Mal ihren Blog geupdatet haben. Neuigkeiten über die zu erwartende Factorio-Erweiterung, die geplant ist, das Add-on, sind selten, denn die Entwickler wollen sich erstmal bedeckt halten und jetzt nicht, dass irgendwie man schon einen Hype aufbaut, der dann eventuell nicht befriedigt wird. Cyberpunk! Von daher fahren die Factorio-Entwickler momentan eine relativ ruhige Kugel. Trotzdem haben sie heute einen neuen Blog-Eintrag rausgehauen und natürlich gucken wir uns den gerne an. Also, bleibt dran, nach dem Intro schauen wir mal, was es für Neuigkeiten gibt. Und was sollen wir lange drum herum reden? Die schlechte Nachricht hau ich einfach mal ganz direkt am Anfang raus, Leute. Und es gibt leider, leider, leider keine Neuigkeiten vor der Add-on. Wir haben keine neue Informationen über der Game und der Add-on und der Weirung und der DLC. Nada, niente, null, nix. Was im Raum stehen bleibt, ist die berechtigte Frage, worum es in diesem Blog-Eintrag denn geht, wenn nicht um das heiß ersehnte Add-on, über das wir alle so liebend gerne ein paar Informationen hätten. Und das ist kurz gesagt der Versuch von Kovarex, uns zu erklären als Laien, warum die Entwicklung des Add-ons langsamer vonstatten geht, als geplant und gewünscht von den Entwicklern. Das liegt hauptsächlich an altem Code, der nicht den Qualitätsstandards der Faktorio-Entwickler genügt. Manchmal, man kennt das vielleicht aus dem eigenen Arbeitsleben, macht man was mal so ganz schnell zwischendurch, so schubidubidu, Hauptsache es funktioniert. Und dann guckt man sich dieses etwas vielleicht sechs Monate, vielleicht zwölf Monate, vielleicht 24 Monate nicht mehr an, muss dann aber etwas tun, was auf die alte Arbeit aufbaut. Und spätestens dann merkt man, wie beschissen es ist, auf gut Deutsch gesagt, dass man damals nicht ordentlich gearbeitet hat. Das ist die Quintessenz dieses Blog-Eintrags. Kovarex nennt dafür ein Beispiel aus seiner Kindheit. Früher hatte sein Vater wohl eine Bienenfarm, Bienenstock, eine Bienenkolonie, irgendwie sowas. Und wenn man den Honig den Bienen wegnimmt, dann tut man die sogenannte Wax Foundation in den Bienenstock hinein. Und der sieht halt ungefähr so aus, ihr kennt das, das sind diese rautenähnlichen oder quaderförmigen, ich weiß nicht genau, wie sie aufgebaut sind, Gitter, die man da reinschiebt. Wabenförmig ist es höchstwahrscheinlich. Denn das erleichtert den Bienen quasi ihre Waben anhand dieses Gitters aufzubauen. Die Struktur, um es einfach mal auf den Punkt zu bringen, ist schon da. Und deshalb denkt sich das Tier, jo, dann mache ich das. Das ist ja viel leichter, als wenn ich das Rad neu erfinde oder bei Null anfange. Und so ist es mit dem Factorio Code auch. Es gibt guten Code in Factorio, der seit Jahren funktioniert, nie geändert wurde und der einfach schlank und schön ist. Und alles, was man drauf propft, passt, baut darauf auf, fügt sich in die Fugen und das ist einfach schön. Das würde man hier anhand dieser Dinger hier langen Zeilen von Code schreiben. Es gibt aber eben auch diese alten Karteileichen, die einfach so kacke sind. Da hat sich immer gedacht, ich mache mal schnell und fällt schon nicht auf, wir brauchen das nicht oft. Und dann brauchte man es doch oft. Und diese alten Leichen rauszustreichen, das ist momentan ein ganz großes Thema bei Factorio oder bei den Entwicklern. Denn es ist jetzt einfach ein guter Zeitpunkt. Bevor man jetzt die Erweiterung auf das Grundspiel raufpackt, sollte man das Grundspiel erstmal so fein schleifen, wie es einfach nur geht. Denn gerade wenn neue Entwickler ins Team kommen und das Team wächst und wächst und wächst ja, momentan sind es glaube ich neun Entwickler insgesamt, leidet, das sehen wir hier unten, die Geschwindigkeit. Ja, wir können sehen, der Trend sieht gut aus. Hier sehen wir in dieser Grafik den Zeitraum unten an der Achse und hier an der Achse sehen wir, wie viel Zeilen Code Factorio hat. Und da sehen wir eigentlich eine stetige Entwicklung. Das Problem ist aber, hier sehen wir übrigens immer die Versionsnummern, 1.0, 1.1, 0.18 und so. Ja, das sieht ja erstmal nach einer guten Entwicklung aus. Aber wenn wir erstmal verstehen, dass das Team immer weiter wächst und dass es hier unten halt eine Person war oder zwei und hier oben sind es neun Personen, sehen wir keine wirkliche Produktivitätssteigerung. Und das liegt eben daran, dass ganz viele Bereiche des Spiels sehr schwer von der Einarbeitung her sind, weil man sich da nicht wirklich rantraut, weil man viel ändern muss. Und uns werden jetzt ein paar Beispiele genannt, bevor ich hier wieder so lange rumramble, sollte ich vielleicht einfach mal das erste Beispiel vorlesen, das Kovarax bringt. Und zwar die Interaktion mit dem GUI, also dem User Interface. Er nennt ein ganz einfaches Beispiel. Stellt euch vor, bei der Weltgenerierung, wo wir immer wieder eine neue Welt generieren, wollen wir einen Button haben. Und wir können diesen Button klicken und es wird die Welt geladen oder es werden dieselben Einstellungen wiederhergestellt wie bei der letzten Welt, die wir gespielt haben. Ich glaube, ich habe das irgendwie falsch ausgedrückt, aber ihr versteht, was ich meine. Es sollen die alten Werte wiederhergestellt werden. Jetzt will man eigentlich nur einen Knopf mit einer Funktion reinprogrammieren. Und das sollte eigentlich kein großes Problem sein. Er nennt hier aber dieses Beispiel, ohne wieder zu viel ins Detail zu gehen, weil ich bin halt kein Programmierer. Es sind viele kleine Arbeitsschritte, weil der Code eben nicht sauber ist. Man muss erst einen Class-Header erstellen. Dann muss man den Button definieren oder das Objekt des Buttons definieren, was immer das genau bedeutet. Dann muss man den Map-Generator konstrukten mit den richtigen Parametern. Dann muss man das Ganze als Listener registrieren. Was das alles bedeutet, kann euch ein Programmierer eures Vertrauens erzählen, aber ist auch egal. Es geht halt nur darum, dass ihr seht, das sind insgesamt, lass mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mindestens 6, wenn nicht sogar, ja, mindestens 6 verschiedene Arbeitsschritte. 6 verschiedene Stellen, wo man Code anpassen muss, der aufeinander Bezug nimmt, damit das alles funktioniert. Und das ist halt, wie gesagt, ein Cluster-Fuck. Sie haben sich dann hingesetzt und schreiben hier auf, sie hatten über 500 solcher Stellen, die wie dieser Button funktioniert haben und einfach so viele Referenzen hatten, dass das alles viel zu kack ist, sodass man sich da im Grunde gar nicht rantrauen will, weil du schon eine halbe Panikattacke bekommst, wenn dein Chef dir sagt, ändere das mal. Und du so, ja, okay, ich brauch zwei Wochen, so, um diesen Button da reinzubekommen, ein bisschen übertrieben gesagt, ne. So, und dann bringt er hier das andere Beispiel, ja, nachdem sie den Code ein bisschen entschlankt haben und eine andere Herangehensweise und ein anderes Framework quasi benutzt haben, um da ranzugehen, ja, brauchten sie nur noch diesen Code hier. Boom, fertig, zack, aus. Also, diese sechs Arbeitsschritte, weil man es kompliziert davor gemacht hat, lässt sich halt, wenn man es einmal richtig macht, sauber, ordentlich, zack und fertig, ne. Und genau darum geht es momentan den Entwicklern, diese alten, unsinnigen, aufgeblähten, viel zu komplizierten Sachen aus dem Code rauszubekommen. Normalerweise würden wir denken, die sind momentan dabei, neuen Code zu schreiben, damit die Entwicklung des Add-ons weitergeht. Aber ja, erstmal muss alter Code raus, es muss schlanker werden, damit eben, wenn man etwas Neues, Cooles für das Add-on machen will, einfach das hier benutzen kann, anstatt dieses Monstrum, ja. Das ist das Mindset, in dem wir uns hier bewegen. Im zweiten Beispiel macht Kovarex uns klar, dass es halt auch in einigen Fällen einfach sehr viel komplizierter ist, als einfach nur ein bisschen Text auszutauschen. Als Beispiel wird hier jetzt genannt, das manuelle Bauen von Gebäuden im Spiel. Also quasi immer, wenn ihr ein Gebäude in der Hand habt und die linke Maustaste drückt, um irgendwas zu machen. Das wirkt als Spieler vielleicht, als würde man immer irgendwie dasselbe machen, aber rein vom Code her sind da ganz verschiedene Prozesse. Wir haben hier insgesamt 15 GIFs, die das so ein bisschen verdeutlichen. Da haben wir hier zum Beispiel das automatische Platzieren von Untergrundförderbändern, wenn Hindernisse im Weg sind. Das Aufrüsten mit dem Upgrade-Planner, beziehungsweise, das stimmt gar nicht, das Richtungsändern von Förderbändern, das es mittlerweile gibt. Hier Mauern über Gleise bauen, dass dann automatisch ein Tor entsteht. Züge, die sich an den Gleisen langhangeln quasi. Das ist ja alles reinprogrammiert. Und wenn man diese ganzen Funktionen jetzt halt entschlanken will, läuft das halt alles unter Bauen. Aber es sind halt in Wahrheit viele verschiedene Paragraphen, die man da ändern muss. Und im Endeffekt dann sogar nochmal doppelt so viele, wenn man im Hinterkopf behält, dass das Ganze ja nochmal sich verdoppelt, wenn man über die Ghostbuildings redet. Also das Ganze mit Blaupausen macht, dass das dann nochmal komplizierter wird und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt da viel Arbeit momentan für die Entwickler, die sie tun müssen. Beispiel Nummer 3 fand ich nicht so wirklich interessant. Da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein, weil es einfach nur ein bisschen ums Testen geht. Das wird teilweise im vierten Teil nochmal besprochen. Da geht es auch nochmal um verschiedene Tests, um zu gucken, ob Code fehlerfrei läuft. Wenn wir zum Beispiel hier gucken, einmal ganz kurz erklärt. Wir wollen gucken, ob C, was immer C ist, aber wir haben eine Funktion C, etwas, das im Spiel passieren soll. Und das wollen wir testen, ob etwas so funktioniert, wie wir es wollen. Wenn jetzt aber C oder der Erfolg von C davon abhängt, dass A oder B richtig funktioniert, müssten wir vorher eigentlich auch erstmal A oder B testen. Und erst wenn wir uns sicher sind, A funktioniert wie es soll und B funktioniert wie es soll, können wir wirklich C testen, um dann zu gucken, ob das auch alles ineinander greift. Das ist halt ein ganz großes Problem beim Bug-Testing quasi. Es kann halt sein, dass C nicht funktioniert, obwohl C richtig vom Code ist, einfach weil A einen Bug hat. Und so muss man sich da lang handeln. Und es führt halt, kurz gesagt, man kommt vom Hundertsten ins Tausendstel. So ähnlich wie Xeno, wenn er schnackt. Ja, das Ganze könnte dann zum Beispiel so aussehen, wenn man hier etwas probieren möchte, dass man so eine Art Workflow oder Flowchart hat und dann diese ganzen Sachen halt aufeinander aufbauen. Und man muss dann erstmal rausfinden, wo genau der Fehler ist, wenn man halt so ein bisschen Code entschlackt. Und es ist halt einfach grausig. Wie schon gesagt, ich überspringe das alles ein bisschen, einfach weil die Leute von euch, die programmieren, die werden das besser verstehen, als ich es erklären kann. Und die Leute, die nicht programmieren, die wird das relativ wenig interessieren, wie genau der Code angepasst wird. Ist was für Nerds. Könnt ihr euch reinlesen, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr das alles versteht und da richtig Bock drauf habt und das cool findet, was hier beschrieben ist in dem Blog-Eintrag, woran sie sich gerade machen, steht hier unten nochmal der freundliche Hinweis. Ihr dürft euch gerne um einen Job bei Whoop bemühen. Die suchen scheinbar noch den zehnten Mann oder die zehnte Frau für ihr Unternehmen. Also wenn ihr Bock habt, selber ein bisschen produktiv zu sein in Factorio, aber halt keine Fabrik zu bauen, sondern Code zu bauen, damit andere Fabriken bauen können, ist das vielleicht genau euer Ding. Und jetzt handkrafte fix ein Abo und einen Kommentar, du Peschmerger, und schaue in Senos Livestream auf Twitch vorbei und falls du ihn supporten willst, checke seinen Patreon-Link in der Videobeschreibung aus und speichere dir seinen MMOGA-Link und seinen Humble-Wandel-Link ab und benutze sie, wenn du dir Games gönnst, du Sauerstoffwerbrauchender Fleischsack. Ich bin übrigens Fräulein Klessheader. Hilfe, Seno hält mich in seinem Keller gefangen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017